Sarah Jane Wollny schwebt auf Wolke 7 Seit 2020 ist sie mit Freund Tino schglücklich. Im September vergangenen Jahres gab es dann endlich den ersten gemeinsamen Schnappschuss des Paares zu sehen. Auch heute könnten Sarah Jane und Tino schglücklicher nicht sein. Doch allzu viel über ihre Beziehung dringt nicht nach außen. Bis jetzt! Die Tochter von Sylvia Wollny plaudert auf Instagram in einer Fragerunde aus dem Nähkästchen. Eine Frage lautet Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Ihre klare Antwort bei Instagram! Auf die Frage, wie die Zeit mit ihrem Freund sei, hat Sarah Jane eine süße Antwort parat. Mega schön, wir genießen jede Minute zusammen. Ganz so einfach sei es für die beiden allerdings nicht, denn sie trennen immerhin 45 Minuten Autofahrt. Doch das bekommen sie laut Sarah Jane gut hin. Das muss Liebe sein. Sarah Jane und ihr Tino sind eben ein echtes Traumpaar.